das kannst du keinen erzählen wirklich das war schon extrem gut also jungs ich muss ehrlich sagen also ich sag ich gebe uns so reingehauen wochen dann haben wir es geschafft oder so schlecht okay wir warten hier wo seid ihr wo ist hier ja das letzte mal jetzt nicholas ertrank okay sind jetzt alle da dann kriegst du nicht das letzte mal nicht wirklich gut funktioniert mit dem wegfahren also wird es gekommen da gehe ich sage jetzt die richtung wir gehen die richtung ich sprinte jetzt aber nicht junge weil wenn man sprinte verliert man so krass essen das ist richtig oder das war schon immer so ich bin der jäger und sammler ich mache das schon achtung kennen es von mir wasser geht der tief runter wir haben wir wissen wieder rauskommen guck mal ich bin so nett ne ja wir haben hier keine materialien die haben wir das letzte mal ja verloren ich habe dir gesagt ich helfe noch ein bisschen hier es wird übrigens wieder das schlecht macht er so wenn wir dann einfach nachts weiterlaufen oder können wir machen hier einfach mir vorbei zieht kürbis nehmen die mit ich dachte ich lasse hier einfach so liegen und freue mich einfach sinnlos ich sage ich ist voll schön ist echt schön obwohl ich will ja ich würde tatsächlich doch gerne weitergehen läuft kommt da hinten so auf jeden fall müsst ihr mir gleich mal equipment geben dass ich an dem tüten ich bin an dem see links lang gelaufen ich sehe euch dort hinten ich bin im wasser oh mein gott das ist ein canyon 16 kürbis wollen wir vielleicht hier bauen irgendwie unter wasser irgendwie da wasser unter wasser also gerade im taste noch umgehäut dass du nicht unter wasser bauen willst also ich würde sagen amt wasser ist cool ja aber nicht unter wasser auf gar keinen fall also ich meine okay ihr könnt machen was ihr wollt ich baue ja nicht aber es ist auch wegen fragt ich euch so jungs ich auch mal ein schwert ich brauche hier rufen so kommt auch gut umstellen dass was wir nicht so gefällt ja ja doch hier bleibt mir einfach so und da kommt ja kommt da kommt mich schon da ist es gelte ich wurde mich immer runter kommen wir klasse mein loch jetzt ist so ein bock mich dass wir da jetzt gerade gestorben sind das schlimme ist das war ja so ein kleiner ne das war so das war so ein pimpf so ein kleiner pimpf hat uns da auseinander genommen ne alles gut ne ich komm noch man also du rennst hier einmal rum drei zombies einen enderman fünf creeper junge ja denkt dann wir spielen ja auf wir spielen ja auf normal das ist mir schon da ist das normal dass da so viel spawn ja habe ich nicht so normal in erinnerung ne ne hallo habt ihr wahrscheinlich auf easy gespielt ne irgendwas spürt hier mit meinem schwäder rum na willst du ein standschweller haben hast du jetzt die fiecher hierher gelockt ja 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 wie soll chris reinkommen jetzt anna ja ich habe schon ein schwert vor allem dieses trockne tja ja mach das schon hast du noch holz ja ja du äh ich hab gar nichts cool da ist halt hier oh man na alles schick ja ist gemütlich hier freut mich irgendwie klingt das ganz komisch hier oben oh 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 fahrt oh hua ich schub den doch nicht zu mir mensch ja doch oben oben sind kühe fern die komm mit na gehst du weg von meinen kühen das ist mein ding glaub ich nicht mein ding Ja, ist okay, dann mach. Gut. Hier sind doch noch Hühner. Was war das daneben? Ich kommuniziere mit dem Team, bevor ich sie töte. Ich schwiege sie in Sicherheit, um sie dann sehr böse zu... Wie den Tano gestern. Mann, das war... Ne, da hab ich immer noch ein schlechtes Gebissen. Ja, aber auf jeden Fall lustig, ja. Oh, Alter, hier sind übelst viele Tiere. Ja, ich mach nachher dann auch so einen Farmer. So, ich werde mir meine Farben bauen. Dann bin ich so reulich auf meinen Schaukelstuhl sitzen und in so einen Metallbecher rotzen. Oh, oh. Da hast du einen Aktienverkäufer. Ich komme! Ne, da drüben. Du brauchst mir nicht helfen. Was ist jetzt, weißt du? Was guckst du denn so doof? Hä? Geh zu denen hier. Nimm den. Nimm den. Nimm nicht mich! Ich bin viel zu wichtig. Was bist du denn wichtig? Ich geh in meine Höhle wieder. Tschüss. Oh, ist es dunkel? Also Chris steht hier im Dunkeln. Hallo. Alles okay, Chris, dass du so im Dunkeln stehst, so alleine? Oh, Chris will ich mal reden mit uns, okay? Ist ja auch verständlich. Hätte ich auch keine Lust mehr. Ja. Das ist halt in der Welt schon definitiv depressiv. Ja, bei der Bude hier, wenn ich mir die so angucke, auf jeden Fall. Ja, hau nicht rum jetzt erstmal. Das ist erstmal provisorisch, dass wir erstmal hier irgendwie einen Schutz haben. Dass wir uns wieder ein bisschen aufrappeln, weil wir letztens ja gestorben sind. Und... Nimm? Letztens, ja. Letztens so vor fünf Jahren. Richtig. Ich hab Eisen gefunden. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich hab Eisen gefunden. Ach, guck dir das mal an! Fenrir! Guck mal! Komm mal hier runter! Was machst du da? Ich hab, äh, das verrottete Flight. Guck ihn dir an! Guck ihn dir da unten an! Siehst du den Namen hier unten rumprimmeln? Der macht's auch. Alles gut. Alles richtig. Ja, ich weiß, ich weiß. Und dass jeder sieht, dass ich der Jäger bin. Wichtig und richtig. Ich bin der Jäger. Pass auf. Pass auf. Chris, alles okay? Tada! Hallo. Hast du jetzt wirklich das Leder verschwendet? Jetzt hab ich ne Lederkappe. Guck mal, wie wichtig ich damit aussehe. Tuti, du das! Was? Oh, Alter! Ich find's schon, das sieht gut aus. Naja. Huch! Haben mich irgendwo Schafe gehabt? Ne, ne? Äh, ich hab richtig viel Wolle gehabt, aber dann bin ich gestorben. Ja, von so einem, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich hab nicht gesehen, was mich umgebracht hat. Ja, ich wurde abgeknallt. Der hat einen Sperr gehabt, oder? Trunkener. Wie der hier gerade. richtig zusammen ich mache doch gar nichts ich glaube dann ist laba werde ich nur ich hatte doch den shader wechseln schade ich mache ich schaffe betten haben dann sind pferde und esel wir haben hier einfach eine gleiche laba hier ist über viel aber da leuchtet da leuchtet junge junge ja was wie ich gucke mir gerade was an hier wieder runter hier wir machen aufgaben wieder feinre du sammelst fleisch ich gehe mit runter mit zu niklas solche blümchen sammeln auch ja ich bringe bisschen kohle mit das ist super nein hier ist ein baby schwein ich werde die mama töten ja keine gnade darfst du in den job haben gesundheit danke entschuldigung schönheit was mache ich denn hallo so auf geht's nicht hier mal runter oh hier ist zuckerrohr oder habt ihr das hier hingepackt genau muss doch noch mal den chat erinnern ich habe irgendwas falsch gemacht ah schon besser man hier oh juli die haben auch krasses aim die skelette sage ich dir ehrlich ich habe voll meinen lederkappe kaputt gemacht ich habe vor allem fein im kopf stecken warum lässt du das warum lässt du das kopf hier liegen das doch mit doch doch kopf kannst du richtig geile kannst du kopf blöcke machen kannst richtig geiles kopf blöcke machen das kannst du machen und dann kannst du selbst aber blöcke dann ausbotteln da kriegst du irgendwas daraus okay ist neu oder einfach wie manu sagt du kannst aus kupfer kupferblöcke machen und dann hast du halt kupfer oder blitzebleiter geht auf ich bin äh siehst du mal blitzebleiter ist das tag oben eigentlich da könnte man ja das ist tag okay ich komme nach oben es ist tag wir reisen ab schulabreisen ja ich will ich denk du willst ja oh Junge kannst du jetzt mal ein nein mir gefällt der auch nicht ist ja okay so wird das nimmer mit alles das ist das mal hier schmelt doch das essen durch und da komme ich jo mit der kappe sehe ich so wichtig aus einfach auch gut zucker war nicht mehr mit so wo ist der rest weg damit weg damit reicht da ist das dein ernst dass du das weg wirfst knochen so ein scheiß bist du dumm ja 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 die brauchen wir ja ne das habt ihr nichts von scheinen er wirft auch noch die federn weg alter das ist die kannst du immer wieder sammeln die sind nicht so ja trotzdem ich werde nachher so eine richtig schöne qualzucht machen mit hühnchen so auf so dreimal drei oder vier mal vier so ein gelände so hundert hühner oder so na am see ich bin noch am see aber ich hab nicht an denen wo ihr seid ne Niklas wo ist Niklas ich hab circa auch gehorbelt auf die 12 ach da ist sie dich da fehlt nur noch Niklas Niklas ja da ist er doch na dann auf gehts weiter gehts gucken wir mal ob es vielleicht irgendwas hier hätten kudos gibt ja im Dorf äh was finden wir weiter jungen hast du mal im Dorf und es gibt eine Schlucht und runter gegen köln köln weisen oder so okay das das sieht grad irgendwie cool aus hier oh Tiere zum töten macht platz oder aber das sieht irgendwie cool aus ja also da musst du dich jetzt aber auch entscheiden ja nein vielleicht äh nicht ja nein vielleicht sondern ja oder nein das wäre super ich überlege gerade auf wir das halt wirklich nehmen weil du kannst da so einen coolen Eingang machen und ringsherum Holz machen Bäume oder was sagt ihr ja ihr müsst das entscheiden weil ich baue ja nicht kommt mal kommt mal zu mir her wo seid ihr ich bin doch da ne das Biom ist scheiße weil ich will ne es ist halt es wäre ganz geil ne holy shit also die größte Quest in diesem in diesem Spiel wird sein mit Manu eine Stelle zu finden wo man ein Haus bauen kann ich glaub das ist aber auch relativ easy ja ne wir gehen weiter wir finden wir finden schon noch was ist cool die Stelle hier aber aber falsches Biom ja schade eigentlich das ist das richtige Biom gewesen wäre ich hier geblieben boah so viel zum töten ich bin im Paradies ey wie komisch das hier guck mal hier hängen einfach Blöcke in der Luft falsch generiert hat ne wollte wohl einen Berg machen hat sich aber dann gesagt nö da kommt doch kein Berg hin ich hab schon mal ein Dorf in der Luft gesehen in der Luft geschwebt ist das ist geil das ist ja geil seid ihr noch alle hinter mir ne ich bin hier hinter dir ok die haben ich weiß nicht wo ich bin du bist unter uns rechts also wir sind über dir hier hinter dir also holi shit das ist ja jetzt ist aber nicht hier ne ja oh mein gott oh wollen wir vielleicht doch hier bauen ich geh da mal runter da unten da ist dein Paradies da unten oh können wir sie hin oder was oder wollen wir die Tiere da unten also das nein lass dich nicht wenn wir jetzt hier bauen du Idiot brauchen wir die jetzt nö doch hör auf jetzt nein generell ich glaube es hat den Namen sogar dabei gerufen als es gestorben ist Junge ist vielleicht spannend weißt du was ich kenne ist Maxi Sexy da hinten ist auch ein Dorf ja komm wisst du was wir bauen hier wir bauen unten in der Schlucht kommt zurück wieder oh mein gott ich schweb 1 2 3 alles gut ja da kann man halt was cooles bauen bist du dir jetzt zu 100% sicher lass es dir nochmal durch den Kopf gehen ja ich bin mir 100% sicher weil das cool ist wir könnten ja dann durch den Berg durchbauen hinten rum kommen wir hinten raus wieder und das ist quasi unser Eingang hier vorne machen wir so einen Steg ringsrum und yalla bim bum 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 oh hier ist irgendjemand in den Schaf fremd gegangen sie sind alle weiß aber sie hat ein kleines schwarzes Schaf naja also wo wollen wir bauen oder wo wollen wir bauen an diesem See wo das so tief runter ging ach da Auf der anderen Seite wieder. Okay. Oh cool, hab ich jetzt auch. Boah, hier ist noch eine richtig geile Höhle. Junge, das ist hier ein reinstes Paradies von... Ich mach schon mal ein bisschen Platz hier so. Warte mal. Ja genau, das müsste das hier so sein. So weit es haben. Also ich habe jetzt genug Wolle für uns alle, siebzehn Stück. Also Zeitbetten habe ich schon fertig. Oh wow. What? Der Zeitbetten habe ich diese einfach. Na stimmt, hast du eigentlich recht. Das war ein Klacks. Stehst du? Du arbeitest hier nicht mit Amateuren zusammen. Das sagt der Richtige. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Mach es mal hier kurz zu, ne? Erstmal zurückführen. Ja, komm das mal mit runter. Mach es mal hier so grob zu. Ob das hier irgendwas hier reingeflottelt kommt. Das kann schon passieren. Ja, deswegen. Boah, hier geht es richtig tief runter, ne? Oh, das können wir hier schon wieder weg machen. Au, au, au. Ach nee. Ich habe euch, glaube ich, verloren. Lauf einmal um den Berg rum, Fenri. Ja, ja. Ich, ja. Genau. Einmal um den Berg rum. Ich habe zwar keine Orientierung, aber ich kriege es ja trotzdem irgendwie immer hin. Ja, einmal um den Berg rum einfach. Ja, ja. Mach ich doch. Musst du unterwegs auch töten, verstehst du, Mann? Ich krieg dann quasi jeder hier sein Zimmer. Und, äh, ja. Seid ihr schon wieder hin? Alle weg? Nee. Ich bin hier in der Höhle drin. Was für eine Höhle? Also. Ich bin da, äh, reingeschwommen. Und, äh, ja. Hä? Ja, ich komme mal zu dir. Komm mal zurück wieder her, bitte. Es wird übrigens Nacht, meine Damen und Herren. Ja, gut. Jetzt habe ich hier dabei. Mach ich doch raus und rum. Scheiß drauf. Komm mit. Hier. Warte kurz. Warte, warte. Wo? Wo bist du jetzt? Ja, hier. Ach so. Und Niklas ist da unten, oder was? Hm. Ich habe keinen gesehen. Ich habe nur, äh, die Höhle da entdeckt. Ich habe gerade noch einen Namen gesehen. Ich habe einfach gesehen. Witzig. Hä? Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Lauf den Berg nochmal hoch. Du weißt gar nicht, wie groß der Berg ist, Alter. Der ist ja riesig. Ich bin irgendwo bei einem Dorf rausgekommen. Bist du Mann, Dorf zufälligerweise? Ja, ja. Ja, ja, dann war ich, wo du bist. Ich hole dich gleich ab. Und bitte, ja. Nicht, dass der jetzt hier uns flöten geht wird und stirbt. Hä? Wo ist mein Hühnchen hin? Oh Mann. Oh Mann. Ich bin hier im Harno. Komm mal zum Eingang raus. Ja, warte mal. Ich will erstmal hier uns einen Eingang bauen, wo wir die Betten reinschmeißen. damit jeder eins Baumpunkte hat, weißt du? Junge, so viele Kürbisse. Oh. Ist das was kaputt gegangen? Wie? Nee. So, mein Bett steht schon mal. Komm Hühnchen. Hühnchen. Komm. Ich habe mein Bett schon mal hingeschmissen, Leute. Könnte auch wieder kommen. Hühnchen. Oh, der ist das Hühnchen. Oh, der ist das Hühnchen. Ja, hol mal bitte, Fenrey. Komm. Put, put, put. Das endet wieder scheiße mit dem. Er rennt nachts irgendwo irgendwo so einen Hühner hinterher. Ja, ich nehme mir ein Hühnchen mit. Ich glaube, ich nenne es. Ich habe den Pinsel wohl. Ja, den habe ich dir gegeben. Lass mal sauber machen. Siehst du das? Ja. Witzig. Meine nächste Quest wird sein, den Golem aus dem Dorf einfach platt zu machen. Ja, hier ist auch ein Golem. Ja, wir haben schon Eisen, aber das geht ja schon gut los hier. Der Niklas, der färbt hier wie so ein Weltmeister unten in der Höhle rum. Ich abuse die Tür. Aha, ein Tür abuse. Komm mit. Komm mit. Hühnchen, komm mal schnell. Da kommt ein Zombie. Schnell. Weeeee. Die wollen nämlich auch einen Trickט. Aua, 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 aua. Nein, 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 nein. Also ich bin jetzt für einen besagten Dorf, aber weniger ist sie nicht. Ja, da renn wir schon wieder irgendwo rum und weiß nicht, wo er wieder hingehula zijn. Bist du im Dorf drinnen? Dann ziehe ich wirklichío grad rumürfen. Ja peanuts richtig. Ich bin am Berg. Am Berg? Ja, ja. Wäre nicht direkt im Dorf? Oh, er schubst mein Hühnchen. Hör auf mein Hühnchen zu schubsen. Hä? Ich bin glaube ich am völlig... Wie bist du nach da hinten gekommen? Ich bin da hingelaufen. Okay, du musst jetzt zum Korte gehen. Ich komme jetzt langsam, weil ich habe ein Hühnchen im Schlepptau. Zum Top. Hey, kommst du mal jetzt her, du Blöds? Ich glaube, irgendeiner von euch beiden wird bestimmt gleich sterben. Pass mal auf. Metallschirurgie, was hast du denn gemacht? Ich habe den Asenkohle mit einer links-rechts gegeben. Hast du dich echt gekillt? Natürlich, Alter. Einfach geklappt. Okay. Das ist mal eh neu. So, ich bin jetzt so... Und komm, Hühnchen, schnell, komm, schnell. Und Leder hab ich gefunden. Nice. Brauchen wir doch auch. Ja, genau. Maaaann... Maaaann... Ist okay, Fynn, Rö? Oh, ey, ja, alles gut. Wenn mein Hühnchen erzwingt die richtig weit weg gerade, meine Fresse. Äh, what the f... Da sei denn,ét tut mir gut halt. Zieh, st Schwier, nicht 1989. Gary,zed Kam. Kag schema. ツ Labor hat normal! Son, co- кварти고요. Untertitelung des ZDF, 2020